Musik Wir sind auf der schönen Insel Mallorca zum Finale unseres ersten Familienwettbewerbs. Ernstings Family sucht die Familie 2020, die uns dann ein ganzes Jahr lang begleiten wird, die einen Gutschein gewinnt, einen Reisegutschein im Wert von 5000 Euro und jeden Monat von uns eingekleidet wird. Musik Es haben sich fast 800 Familien beworben. Uns drei sind jetzt heute hier, machen mit uns rund 20 Spiele und am Ende wird dann eine Familie der glückliche Gewinner sein. Hallo, wir sind die Familie Eisendick, kommen aus Berlin und wir sind super gespannt auf die zwei Tage hier. Wir sind die Familie Götze. Wir kommen aus Hannover. Wir sind Familie Weiß-Wulf-Grün. Wir kommen aus Osterhorn in Schleswig-Holstein. Das Schönste ist, wir haben unterschiedliche Familien, also Patchwork-Familien oder Eltern, die seit 25 Jahren zusammen sind. Also von allem ein bisschen, was wirklich unsere Welt da draußen dann widerspiegelt. Musik Worum geht es in den Spielen? Es geht um Geschicklichkeit, es geht um Kreativität. Man muss sich abstimmen untereinander, wer für welches Spiel vielleicht geeignet ist. Mal sind es die Kleineren, mal sind es vielleicht die Erwachsenen, mal ist es die ganze Familie. Aber vor allem muss die Familie zusammenhalten bringen. Musik Das nächste Spiel ist wieder ein Geschicklichkeitsspiel. Das kennt vielleicht jeder von euch. Jenga. Musik Das Jenga-Spiel war sehr nervenaufreibend. Was uns sehr stolz gemacht hat, ist einfach, dass sich hunderte Familien beworben haben, die an diesem Wettbewerb teilnehmen wollten. Das zeigt einfach, wie authentisch das Ganze auch ist, dass es viele Menschen gibt, die sich einfach damit identifizieren und auch ein Teil davon sein möchten. Und heute wollen wir einen Gewinner gehören, der dann die Ernstings-Family-Family ist, sozusagen, die dann unseren wundervollen Preis gewinnt. Sehr schön. Ja, finde ich sehr schön. Musik Musik Und gewonnen hat die Familie Götze. Oh Gott, was war das? Oh Gott, wie war das? Familie Götze. Einmal eure Urkunde, die ausbreiten. Euer wundervolles Familienfoto. Der 5.000 Euro Reisegutschein. Und 250 Euro monatlich für ein Jahr. Wir sind überglücklich. Wir haben zwar so ein bisschen gehofft, aber nie so richtig mit gerechnet. Und dass es jetzt letztendlich der erste Platz geworden ist, Wahnsinn. Das war für uns, für Ernstings-Family, eine Premiere, unser erster Familienwettbewerb. Wir wussten gar nicht, worauf wir uns einlassen. Aber es war echt schön zu sehen, wie die drei Familien miteinander, nicht nur gegeneinander, sondern eher miteinander, tatsächlich gefiebert haben, gekämpft haben, sich unterstützt haben, auch geklatscht haben. Und die Kleinen haben immer eine große Rolle gespielt, was sehr, sehr schön ist. Weil das ist Familie, das macht Zusammenhalt aus. Und das ist Ernstings-Family. Von fröhlichen Familien empfohlen.